Wie kannst du Trends erkennen und für dein Shirt Business nutzen? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hallo und willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico. Im heutigen Video zeige ich dir mal, wie du mit YouTube Trends erkennen kannst. Wir starten auch schon direkt die Trendrecherche und im Endeffekt gehen wir hier oben auf Trends bei YouTube. Dann haben wir hier verschiedene Kategorien. Einmal Musik, Gaming, Nachrichten, Filme. Und die einzelnen Kategorien gucken wir jetzt mal genauer an, indem wir hier draufklicken. Und dann scrolle ich einfach mal durch und schaue einfach, was fällt mir so ins Auge. Ja, und was könnte ich für mein Shirt Business nutzen? Ich gucke mir an, wie viele Klicks haben die ganzen Künstler sozusagen erreicht innerhalb von einer Woche oder von ein paar Tagen. Und hier fällt schon mal auf, 3,5 Millionen Klicks. Lass mal! So, ich prüfe jetzt mal mit dem Merch-Ninja-Tool dieses Lass mal und gucke dann im Endeffekt, ob das geschützt ist oder nicht. Dazu geben wir dann die Phrase sozusagen ein und dann checken wir das hier mal mit dem Trademark-Checker. Und dann sehen wir hier den grünen Haken. Also alles gut, ist nicht geschützt. Jetzt können wir hier bei Merch-Research wieder reingehen und das hier auch mal eingeben und gucken, ob wirklich Shirts zu dem Lass mal hier mit dabei sind. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Shirts an, gucken mal ein bisschen durch und schauen, ob wirklich nur dieses Lass mal auf einem Shirt drauf ist. Und ich sehe schon, okay, hier ist es immer irgendwie, lass das mal den Papa machen, lass das mal den Marvin machen. Immer irgendwie verbaut, aber nicht dieses Lass mal alleinstehend. Also wenn ihr das mal beobachtet, ihr seht eigentlich immer, das ist irgendwie immer ein Name. Und im Grunde könnt ihr jetzt euer Shirt machen mit nur Lass mal und das hier platzieren. Denn, ich meine, das Video hat 3,5 Millionen Klicks. Irgendjemand wird dann schon mal danach suchen nach so einem Shirt. Und gerade wenn die Künstler dann auf Tour gehen zum Beispiel, dann suchen die Leute ja auch immer nach Merch. Und das ist eine gute Art und Weise, wie ihr dann euer Shirt da platzieren könnt für die Fans von den ganzen Künstlern. Und wir gehen nochmal zurück zu YouTube und schauen, was fällt uns denn noch hier so auf. Wir scrollen mal nochmal weiter durch. Hier zum Beispiel Kontra-K-Namen, das würde ich jetzt nicht machen. Einfach das Wort Namen auf dem Shirt zu machen. Das macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber wir gucken nochmal weiter durch. Und hier zum Beispiel Kinder der Straße. 1,1 Millionen Klicks vor zwei Wochen. Also auch über eine Million Klicks. Und da machen wir dasselbe. Wir gehen wieder in Merch-Linja rein. Geben hier jetzt die Phrase ein. Also Kinder der Straße. Kinder der Straße. Und gucken, ob das Ganze hier jetzt geschützt ist. Und dann gehen wir wieder auf Check Trademarks. Zack, wieder grüner Haken. Heißt, wir können es verwenden für unser Shirt. Wir gucken jetzt aber auch trotzdem nochmal bei Merch Research rein, ob da schon was vorhanden ist. Und deswegen geben wir das hier auch ein. Shirts und DE. Dann los geht's. Und gucken, ob hier irgendein Shirt vorhanden ist mit dem Wort oder mit dem Satz Kinder der Straße. Und wenn ich das so überblicke, sehe ich hier erstmal nichts. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber Kinder der Straße sehe ich jetzt hier noch nichts auf Anhieb. Ja, und das heißt für uns, wir können natürlich auch jetzt hier unser Shirt wieder platzieren. Was wir vielleicht auch noch machen, ist den Bestseller-Rank filtern. Das machen wir mit dem Productor-Tool. Da gehen wir hier oben einfach auf diesen Pfeil. Und also er lädt immer die ersten zwei Seiten. Das habe ich hier so eingestellt. Wir können hier aber auch nur die erste Seite wählen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ja, wenn ihr den Productor noch nicht installiert habt, macht das auf jeden Fall noch. Das ist wirklich, das ist eine Waffe. Und hier könnt ihr dann nach Bestseller-Rank filtern. Ja, und das machen wir jetzt mal. Und haben hier jetzt die Top-Seller zu dem Keyword sozusagen. Aber ich sehe jetzt hier nirgends Kinder der Straße. Deswegen haben wir eine gute Möglichkeit, hier ein Shirt zu machen und zu platzieren auf dem Marktplatz. Ja, wir springen nochmal zurück zu YouTube und belassen uns jetzt mal bei der Musik-Nische. Wir gehen jetzt mal hier nochmal oben auf Trends und gehen mal in die Gaming-Nische. Ja, und die Gaming-Nische ist ja sehr, sehr groß bei YouTube. War sie ja schon immer. Und da ist extrem viel Potenzial auf jeden Fall. Und hier gucken wir uns auch mal ein paar Titel an von den Videos und schauen, was fällt uns denn hier so direkt auf. Da ist das jetzt zum Beispiel mir direkt ins Auge gesprungen. Brawler. Brawl, das habe ich schon mal gesehen bei einem Shirt. Eat, Sleep, Brawl, Repeat. Das gucken wir gleich mal nach. Aber im Endeffekt geht es mir jetzt erstmal um dieses Brawl. Das geben wir auch wieder ein bei dem Trademark-Check. Und sehen hier schon mal ein X. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, da ist irgendwas geschützt. Hier können wir dann auf die Lupe gehen und genauer nachgucken. Und wir sehen, okay, Keyword Brawl, okay. Dann hier TM Exact, also die exakte Bezeichnung. Dann sehen wir hier, okay, Brawl, O-Win, Brawl, Fall Brawl, Brawl Stars. Aber nicht dieses alleinstehende Wort Brawl. Und deswegen sehe ich das jetzt als kein Problem an, dass wir Brawl einfach mal auf ein Shirt machen. Und wir können das ja in einen Satz packen. Und wir sehen jetzt wahrscheinlich auch gleich den Spruch, den ich eben schon gesagt hatte mit dem Eat, Sleep, Brawl, Repeat. Das habe ich auch schon im Merchlinie in den Top-Sellern gesehen. Und wird ja natürlich jetzt sehr stark kopiert. Aber wir sehen, hier werden auf jeden Fall gute Sales gemacht zu dem ganzen Thema. Ja, also ihr seht hier oben schon sehr niedrige Bestseller Ranks. Zum Beispiel das hier, 57.000 ist schon echt stark. Aber wir sehen auf jeden Fall, es sind noch nicht so viele Shirts vorhanden. Deswegen haben wir hier auch noch Platz. Und hier könnt ihr ein eigenes Konzept mal probieren, indem er sagt, okay, wir machen nicht den tausendsten Eat, Sleep, Brawl, Repeat Spruch hier rein, sondern einfach mal was anderes. Zum Beispiel das hier fällt direkt ins Auge. Allerdings hat er jetzt einen recht hohen Bestseller Rank. Und ja, probiert euch da mal aus. Kann auf jeden Fall echt was bringen, wenn man bei YouTube schaut, was momentan so im Trend ist. Und wir gehen nochmal zurück und schauen jetzt nochmal so die Nachrichten ein bisschen durch und gucken, was da vielleicht so auffällt. Wenn wir uns die Nachrichten mal so anschauen, dann gucken wir auch, was können wir denn für uns nutzen. Im Endeffekt ist momentan natürlich die Nachrichtenlage so, dass jeden Tag über Corona berichtet wird. Deswegen hier sehr, sehr viele Fakten und Videos über Corona, über die Quarantäne. Das würde ich auf keinen Fall machen. Steht auch in der Policy, dass man so zu menschlichen Tragödien nichts machen soll. Aber wir gucken einfach mal nochmal weiter und schauen, okay, was können wir denn hier verwenden. Aber da würde ich wirklich vorsichtig sein. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal, weil hier sehr, sehr viel nur über Corona ist. Und dann können wir uns noch die nächste Kategorie angucken, Filme. Bei Filmen wäre ich generell vorsichtig, weil da stehen ja wirklich Unternehmen dahinter. Und wenn euch da halt ein Fehler passiert, dann kann ganz schnell mal eine Abmahnung reinkommen. Deswegen wäre ich da grundsätzlich erstmal vorsichtig. Ihr könnt natürlich ein paar Ideen hier natürlich auch gewinnen für euer Shirt-Business. Aber ich wäre grundsätzlich erstmal vorsichtig bei so Filmen. Das war es jetzt erstmal für dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, drücke gerne hier auf Abonnieren und aktiviere natürlich die Glocke, damit du kein weiteres Video verpasst. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Ich habe ja versprochen, immer ab 100 weiteren Abonnenten kommt was Kostenloses raus. Ich habe einen Keyword-Research-Guide fertiggestellt, in dem sieben Keyword-Tools vorgestellt werden, wo ich dir zeige, wie du Schritt für Schritt Keywords findest für dein Shirt-Business oder für deine Nische. Und wenn wir die 200er-Marke knacken, dann schicke ich den Link raus und ihr könnt den Guide kostenlos runterladen. Deswegen mein Appell an euch, schickt gerne mal den Kanal oder das Video an Freunde, wenn ihr in einer Mastermind-Gruppe seid oder in einer Shirt-Gruppe, gerne in WhatsApp mal teilen, dass wir die 200er-Marke knacken und dann gibt es den Research-Guide. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wir sehen uns in einem weiteren Video. Bis dann. Ciao, ciao.